Was sind eigentlich die 8 intelligentesten Harry Potter Charaktere? Das und vieles mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir eine Rangliste erstellen. Auf dieser Rangliste werden wir die Intelligenz der einzelnen Charaktere bewerten. Das Wichtigste zuerst, Intelligenz kann auf viele Arten gemessen werden. Jemand kann einen genialen IQ haben, aber völlig unfähig sein, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Gefühle zu haben. Es gibt Weisheit, die man sich über viele Jahre hinweg im Leben angeeignet hat, Gerissenheit, akademische Intelligenz und sogar emotionale Intelligenz, wobei keine von ihnen unbedingt wichtiger ist als die andere. Alle Charaktere in dieser Liste haben ihre eigenen einzigartigen Stärken. Für die folgende Rangliste werde ich also nur versuchen zu bestimmen, wie gut abgerundet diese Charaktere sind. Wenn jemand äußerst weise ist, aber in allen anderen Bereichen Defizite hat, fällt er in der Rangliste nach unten. Und das gleiche gilt für jede andere Art von Intelligenz. Ich würde zuerst gerne deine Top 8 intelligentesten Charaktere hören. Also pausiere das Video, kommentiere unten deine eigenen Top 8 und schau dir dann den Rest an, um zu sehen, wie deine Liste im Vergleich zu meiner aussieht. Ohne weitere Umschweife präsentiere ich dir hier meine Top 8 der intelligentesten Harry Potter Charaktere. Noch ein Hinweis am Rande. Dieses Video basiert nicht auf fantastische Tierwesen, sondern nur auf den Harry Potter Büchern und Filmen. Fangen wir direkt an mit der Nummer 8 und dort haben wir Sirius Black. Sirius, der Partdonkel von Harry Potter und Mitglied der Familie Black, wurde 1971 in Hogwarts eingeschult. Während viele seiner Familienmitglieder einen unangemessenen Wert auf die Reinheit des Blutes legten, teilte Sirius diesen Glauben nicht. Er war sicherlich weiser als seine Jahre und seine Fähigkeit, selbst zu denken, anstatt blindlings in die Fußstapfen seiner Familie zu treten, spricht für seinen Charakter und seinen Intellekt. Obwohl Sirius in der Schule herumgefuscht hat, war er dennoch außergewöhnlich gut. Und die Tatsache, dass er mit seiner Faulheit davonkam, zeigt uns, wie klug Sirius wirklich war. Man stelle sich vor, er hätte sich wirklich angestrengt. Leider wurde Sirius' magische Entwicklung durch die lange Zeit, die er in Azkaban verbringen musste, etwas gebremst. Aber andererseits bedeutete sein hohes Maß an Intelligenz, dass er trotzdem ein sehr mächtiger Zauberer werden konnte. Auf der Nummer 7 haben wir Slughorn. Professor Horace Slughorn war ein britischer Zauberer, der an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei arbeitete. Slughorn war ein hoch angesehener Zauberer, der sowohl als Zaubertränkemeister als auch als Leiter des Hauses Slytherin diente. Er war ein brillanter Mann und vielleicht einer der talentiertesten Zaubertränkemeister seiner Zeit. Sein Nachteil war jedoch, dass er oft Leute übersah, die für ihn nicht von Wert waren. Das heißt berühmt, außergewöhnlich, begabt oder irgendwie wichtig waren. Slughorn war eine dreifache Bedrohung. Er war schlau, weise und buchklug. Aber eines der größten Probleme mit Slughorn war natürlich, dass er einen Teil seines Wissens mit Tom Riddle teilte. Was Tom letztendlich ungewollt zur Erschaffung der Horcruxe verhalf. Auf der Nummer 6 haben wir Luna Lovegood. Luna Lovegood ist eine Art Überraschung hier, die du wahrscheinlich nicht erwartet hast. Aber Luna, deren Geist wirklich für vieles offen war, ließ nichts unversucht, wenn es darum ging, etwas Neues zu lernen. Und es ist diese Neugierde, die gerade ihren Platz auf der Liste rechtfertigt. Ja, Luna wird oft als ein bisschen verrückt dargestellt, aber Luna ist zutiefst intelligent. Immer in der Lage, das große Ganze zu sehen und sich nie von trivialen Dingen ablenken zu lassen, die die intellektuelle Entwicklung eines anderen behindern könnten. Sie war eine kluge, schnelle Denkerin mit einem offenen Geist und einer Begabung für das Lösen komplexer Rätsel. Auf der Nummer 5 haben wir Professor McGonagall. Minerva McGonagall ist eine schottische Halbbluthexe, die die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchte und später dort arbeitete. Während ihrer Zeit in Hogwarts war sie die begabteste Schülerin ihres Jahrgangs und erzielte Bestnoten in alligen Fächern. Schon in jungen Jahren zeigte sie extreme magische Fähigkeiten und wurde später eine der besten Professorinnen in Hogwarts. McGonagall ist in jeder Hinsicht ungeheuer intelligent, bücherschlau, emotional intelligent, sie hatte einfach alles. Kommen wir zu Nummer 4 und auf der Nummer 4 haben wir Hermine Granger. Hermine Granger war eine der talentiertesten Hexen ihres Jahrgangs und der gesamten Schule. In der Tat war Hermine vielleicht eine der fleißigsten und klügsten Hexen, die je in Hogwarts zu Gast waren. Sie besuchte Hogwarts zur gleichen Zeit wie Harry und Ron und angesichts ihrer Vorliebe fürs Lernen und Wissen ist es nicht verwunderlich, dass sie eine begabte Hexe wurde. Sie war sehr wissbegierig und durch die gefährlichen Abenteuer, die sie mit Harry und Ron erlebte, auf alles vorbereitet, was auf sie zukam. Sie war sehr vielseitig begabt, kompetent und eine schnelle Denkerin, fähig unter jeglichem Druck kritisch zu denken. Sie war nicht nur fleißig, sondern auch von Natur aus sehr intelligent. Die Dinge fielen ihr leicht und ihre wissbegierige Natur bedeutete nur, dass sie allen möglichen Informationen hortete. Hermines einziger Nachteil und vielleicht einer der Gründe, warum sie nicht ganz oben auf der Liste steht, war ihre Engstürnigkeit und ihre Unfähigkeit, die Dinge manchmal aus der Perspektive anderer zu sehen. Sie war fast zu schlau für ihr eigenes Wohl. Auf der Nummer 3 befindet sich Severus Snape. Severus Snape wurde 1960 als Sohn eines Muggelvaters und einer Hexenmutter geboren. 1971 begann er zusammen mit Harrys Mutter, Lily Potter und den Rumtreibern Hogwarts zu besuchen. Gleich zu Beginn ereilte Snape eine Tragödie, denn er wurde nach Slytherin einsortiert, während seine große Liebe Lily nach Gryffindor einsortiert wurde. Schon in jungen Jahren begann Snape sich in den dunklen Künsten zu üben, angetrieben von der Wut über die ständigen Schikanen der Rumtreiber. Snape war da bereits ein sehr begabter junger Zauberer und zeichnete sich in allen Fächern aus. Das Mobbing, dem er ausgesetzt war, trieb ihn jedoch auf ein neues Niveau und er war besessen davon, der Beste und der Klügste zu sein, um den Jungen eine Lektion zu erteilen. Während des Unterrichts in Hogwarts kritzelte Snape in seinem Notizbuch und erfand Flüche, Zaubersprüche und auch Tränke. Sein eigenes Lehrbuch für Zaubertränke mit seinen eigenen Kreationen unter dem Pseudonym der Halbblutprinz enthielt viele mächtige Zaubersprüche, die er selbst erfunden hatte, was keine leichte Aufgabe war. Snapes größte Stärke war seine Gerissenheit. Er konnte jeden überlisten und täuschen, wenn er wollte und die Tatsache, dass er so lange den Doppelagenten spielen konnte, spricht nur dafür. Snape hat auch nach seinem Abschluss in Hogwarts nie aufgehört, dazuzulernen und seine ständige Weiterentwicklung hat es ihm ermöglicht, einige äußerst beeindruckende magische Leistungen zu vollbringen. Auf der Nummer 2 befindet sich kein geringerer als Tom Marvolo Riddle. Voldemort ist zweifellos einer der mächtigsten, wenn nicht sogar der mächtigste Zauberer im gesamten Harry Potter-Universum. Der 1926 als Tom Marvolo Riddle geborene Voldemort besuchte ab 1938 Hogwarts und wurde in kein geringeres Haus als Slytherin eingeteilt. Schon in sehr jungen Jahren war klar, dass Tom etwas Besonderes war, ein magisches Wunderkind. Er war in der Lage Magie ohne einen Zauberstab zu benutzen und zu kontrollieren. Er konnte Gegenstände mit seinem Geist bewegen und mit Tieren kommunizieren und sie sogar kontrollieren. Und das alles ohne jegliche magische Ausbildung. Er war ein Magiebegabter, der die Leistungen ausgebildeter Hexen und Zauberer ohne jegliche Vorkenntnisse in diesem Bereich übertraf. Er glänzte in der Schule und wurde von allen für unglaublich klug gehalten. In seinem Leben vollbrachte er magische Leistungen, die zuvor nie für möglich gehalten wurden. Wahrscheinlich aufgrund seiner angeborenen Fähigkeiten und seines Wissensdurstes. Voldemort war ungeheuer gerissen und konnte sein Intellekt geschickt einsetzen, um Menschen zu manipulieren. Der Grund, warum er sich nicht ganz oben auf der Liste befindet, ist jedoch, dass er manchmal ziemlich kurzsichtig sein konnte. Er war auch emotional äußerst unintelligent. Er war zu sehr damit beschäftigt, Macht zu erlangen, was ihn manchmal daran hinderte, höher zu steigen, als er hätte können. Kommen wir nun zu Nummer 1 und dort befindet sich Albus Dumbledore. Du hast es erraten, Albus Dumbledore. Ich bin sicher, du hast es kommen sehen und ich denke, unabhängig davon, wie du Intelligenz bewertest, muss Dumbledore zumindest in deiner Liste ganz oben stehen. Er ist zweifellos einer der mächtigsten Zauberer, die je gelebt haben. Und es war von Anfang an klar, dass er Großes erreichen würde. Während seiner Schulzeit sorgte Dumbledore mit seinen magischen Fähigkeiten immer wieder für viel Aufsehen. Griselda Marchbanks, eine Professorin, die für die Behörde für Zaubereiprüfungen arbeitet, bemerkte, dass Albus in der Lage war, Dinge mit einem Zauberstab zu tun, die sie noch nie vorher gesehen hatte. Dumbledore hatte einfach alles. Er war bemerkenswertweise, sehr klug, gerissen, taktisch und sogar gefühlsmäßig intelligent. Hier und da hat er etwas übersehen, aber mit so einem neugierigen und wissbegierigen Geist hatte er sicher eine Menge anderer Dinge zu tun. Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie sieht deine Liste der top intelligentesten Charaktere aus Harry Potter aus? Lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter wissen.